Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal LS17 auf der Westerrade im Singleplayer mit mir, dem Werner. Hallo, guten Tag und Mahlzeit. So, ich habe wieder in Eigenregie einen Anhänger auch eingefüllt mit wunderschönem, frisch gemähtem Gras von der Weide und das bringen wir jetzt zu unserem Fahrsilo, zu unserem Kuhschall. Warum? Ich habe das natürlich jetzt schon in den zwei vergangenen Videos, glaube ich, waren es gewesen, gestern und vorgestern schon gezeigt, aber ich gucke halt immer, dass ich zwischen den Aufnahmen auch ein bisschen selber fahre, damit man nicht immer, immer, immer das Gleiche sieht. Wir haben gestern noch mehr oder weniger spontan einen Deutsch-Drescher gekauft, da bin ich sehr für euer Feedback gespannt. Wie gesagt, ich nehme jetzt die Folgen ein bisschen hintereinander auf, weil ich habe gerade Bock drauf und deswegen nehme ich die, ich muss das momentan ein bisschen ausnutzen, weil die Motivation verfliegt immer wieder mal spontan. Deswegen nehme ich sie jetzt einfach mal auf, wenn ich gerade Lust dazu habe. Seht es mir bitte nicht nach. Aber wir haben die Tage ein Problem festgestellt und zwar dieser Kurs. Der Kurshof, der Kurs 88 Hof, das ist nämlich ein Problem, bei der Brücke. Das ist nämlich genau hier. Und das müssen wir jetzt lösen, da müssen wir den Kurs jetzt neu anfahren. Wir werden den Kurs jetzt schon mal löschen, 88 Hof, weg. So, jetzt machen wir einen neuen, der direkt hier auf dem Feld beginnt, weil ich finde das auch ein bisschen besser. Und dann versuchen wir mal ein bisschen geschmeidiger zu fahren heute. Von der Geschwindigkeit her ist es gar nicht so drastisch, du musst eben nur gucken. Also es ist so, CP merkt sich die Geschwindigkeiten, die du einfährst. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit 10 kmh fahre, dann merkt sich CP das und fährt dann auch 10 kmh hier im besten Fall. Und da gibt es nämlich eine Option, die bei den Geschwindigkeiten, die heißt dann wie beim Einfahren. Und jetzt fahren wir gerade den Kurs ein und das merkt er sich tatsächlich. Ich werde die Option dann wieder einschalten auf diesen speziellen Kurs. Aber das zeige ich euch dann nochmal später ein bisschen. Hier war immer das Problem, wir haben mega weit ausgeholt. Wir werden es nicht so weit ausholen, wir werden ein bisschen weiter hier in der Mitte bleiben. Und fahren jetzt einfach mal so rüber. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich war auch der Meinung, dass es beim ersten Kurs schon funktioniert hat. Hat nicht funktioniert, wie wir dann später festgestellt haben. Aber ist ja jetzt nicht so dramatisch. Was gibt es noch Neues zu sagen? Genau, ich glaube, dass wir für den Winter, wir müssen mal gucken, was ein Forstgebiet hier kostet. Weil ich glaube, dass wir auch mit ein bisschen, nenne ich es jetzt einfach mal, mit ein bisschen Holz, ein bisschen Geld verdienen können. Also wir werden auf alle Fälle auch, wenn es zum Winter kommen sollte in diesem Let's Play, dann werden wir auf alle Fälle auch ein bisschen Schnee schieben und so weiter. Ein bisschen Schneeschild und so weiter, da habe ich Bock drauf. Auch teilweise nachts, weil nachts mit der Lichtkulisse vom Traktor und so weiter ist schon cool. Ich bin gespannt, ob es da einen Sound zugibt zum Schnee schieben, ob es da keinen Sound gibt. Ich weiß es nicht, ich habe das noch nie gemacht im Seasons Mod, aber ich bin wirklich sehr gespannt und möchte das wirklich testen. Und einfach erleben. Ist einfach so ganz banal, wie es klingt, aber ich möchte jetzt einfach wissen, wie es ist. Und ja, jetzt werden wir das so machen, dass wir hier vorne, ich bleibe ziemlich mittig ist. Oh nein, wir haben den Drescher nicht. Ah, Mann. Okay, dann müssen wir ganz kurz stehen bleiben hier. Ich habe vergessen, den Drescher aufzuräumen. Der Kleene, weißt du? Der Kleene. So, ich wollte da den eigentlich rückwärts reinfahren. Ich habe, ah genau, für das Thumbnail habe ich ihn stehen gelassen. Oh Mann, Werner, ne? So, er hat auch immer geschrieben, ich soll mal meine, meine, meine Allzweckhalle, hat er es genannt, soll ich mal aufräumen. So, das passt, super. Das war ein bisschen bedenken, ob das passt, aber es passt wirklich sehr, sehr gut sogar. So, wir schieben den jetzt einfach mal gerade zurück. Und werden den aber so genauso, wie er jetzt ist, werden wir mal zusammengebaut lassen, ne? Nicht irgendwie, das abkuppelt irgendwas, genauso wird er stehen bleiben, weil die dicke Bärter, die werden wir dann einfach noch ein Stück hinten reinschieben und dann haben wir vorne ein bisschen mehr Platz. So ist der Plan. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Da steht übrigens der 900er-Fendt, Wario, S4, 939, geiles Gerät. So, junge Dame, wie kann ich Ihnen helfen? Hello. So, wir stecken mal ein, wir fahren einfach mal jetzt rum. Die Kurshafteilung läuft noch. Wieder glauben wir immer, die Kurshafteilung ist beendet, wenn du rausgehst. Nein, 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 nein. Ich möchte hier gerne noch ein Stückchen reinfahren. So, weißt du, noch ein Stück. Passt. So, F88, fällt 88 zum Hof. Passt. Hättest du das jetzt auch Hof 1 nennen können, aber ist nicht so schlimm. Wir machen jetzt Hof 1, Hof aus. Läuft. Oh, eine Weiterführung, ein schönes Ding. Und dann machen wir Hof aus zu den Kühen. So, da kannst du weiterfahren und dann, sage ich, deaktivieren. Läuft. So, funktioniert schon wieder. Da fährt schon wieder einer, weißt du. Wir werden jetzt in Eigenregie, ich weiß noch nicht genau, was das hier ist. Ich hoffe, das ist unser Lager. Ich bin aber noch nicht ganz schlau geworden draus. Sieht auf alle Fälle aus wie ein Lager. Betreten für unbefugter Verboten. Wertvoller Bestand, was Schweinebestand. Okay. So, ähm, jetzt müssen wir hier mal... Ich suche einen neuen Platz für das Ding hier, weil ich möchte nicht jetzt mal das Ding ausklappen müssen, damit wir es abkuppeln können, weißt du. Jetzt muss ich mal was testen. Wenn ich es runterlasse, wird es automatisch ausgeklappt. Das ist nicht gut. Kann ich jetzt so abkuppeln? Ah, das funktioniert aber... Aha. Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Haben wir irgendwo eine sehr hohe Halle? Haben wir nicht hier, ne? Ja, doch. Wir hätten die Werkstatt. Ah, die Werkstatt nutzen. Auch blöde Idee, aber nicht, oder? Bei der Werkstatt wird es aber tatsächlich funktionieren, ne? Ne, warte mal. Das ist die Getreidehalle. Sogar das ist zu klein hier. Oh Mann, ey. Wir können es aber anders machen. Warum? Warte mal. Ich kann doch das hier aufmachen und hier reinstellen. Weil ich kann doch auch rückwärts hier reinfahren und dann habe ich nämlich den gleichen Effekt. Oder? Dann machen wir hier mal zu. Jo. Weil von der Höhe her ist das die einzige Halle, wo das wirklich reinpasst, das Zeug, ne? Weil dann stelle ich es einfach hier rein und gut ist. So, ein bisschen so an die Seite. Läuft. Passt. So. Stelle ich jetzt einfach mal hier ab. Blub. Fahren wir nochmal raus. Drehen nochmal um. Und dann stellen wir das andere auch hier rein. Ist okay, oder? Ich finde es jetzt nicht so dramatisch. Anhänger können wir auch noch gleich aufräumen. Dann haben wir so einen kleinen Aufräumen- und Putztag. Also geputzt haben wir gestern schon. Den großen Fendt nämlich. Ja. Das war so überhaupt nicht geplant. Der bleibt auch nicht wirklich stehen, wenn du die Bremse drückst, ne? Da kennt er nichts. So, weiß der, Werner, kann man das nämlich hier stehen lassen. Das ist ja nicht eine richtig gute Idee. Werner? Kann man sagen. Hast du gut gemacht, ja? Oh. In dem Moment, wo ich mir auf die Schulter klopfen wollte, wurde mir gerade klar, dass wir noch ein Feld haben, was wir mähen müssen. Verdammt. Okay, wir lassen ihn erstmal hier stehen. Wir müssen jetzt noch zwei, drei andere Sachen machen. Och, das war aber auch wieder eine Aktion, ne? So, der Kollege ist angekommen. Dann werden wir den nochmal entleeren. Ich glaube, wir machen zuerst die Wiese oben fertig und dann machen wir das neue Feld. Wäre vielleicht sogar vernünftiger. Sehe ich jetzt zumindest immer so. So, wir haben jetzt die Tage schon mal links und rechts aufgefüllt, äh, angefangen aufzufüllen. Wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen auffüllen. Füllt zu weit draußen, läuft. So, ja, es sieht doch ganz okay aus. Sieht doch ganz okay aus. Gut, dann schickt man den Kollegen mal wieder zurück. Natürlich muss es ja weitergehen, ne? Wir können jetzt nicht hier stehen bleiben und sagen, Jo, jo, wir haben wieder mal eine Fuhre. Das geht ja nicht. Ähm, ja. Ja, und dann fahren wir Hof 88. Das sieht ja nicht ganz sportlich aus. Das machen wir mal. Das hat ja nämlich schon mal funktioniert, ne? So ist ja nicht. Also, ich mache ja jetzt nicht irgendwas, was nicht funktioniert hat, sondern das hat wirklich schon funktioniert. Ähm, genau. Silo-Werkzeug wollte ich auch kaufen, ne? Äh, Schiebeschilder. Ah, oh, ah, ja. Ja, mhm, das ist ja schön. Ist ein bisschen teuer, aber ist schön. Okay, da brauche ich aber das Schild für, ne? Dann machen wir das anders. Dann nehmen wir uns, dann kaufen wir uns das hier. Silo-Verteiler. Oh, lol. Dann nehmen wir jetzt mit dem Silo-Verteiler, würde ich sagen. Ja. Kaufen wir uns auch den Silo-Verteiler. Das ist der Silo-Verteiler, ne? Genau, Silo-Verteiler kaufen wir uns auch. Schon ewig nicht mehr verwendet das Zeug, aber dürfte nicht so schlecht sein. Ähm, ich glaube, wir haben kein Gewicht am Hof. Kann das? Ich würde tatsächlich hinten nur so ein fettes Gewicht draufhauen und gut ist. Ah, hier ist noch eins, aber das ist ein bisschen mickrig. Haben wir noch nicht, haben wir noch nicht, was für große Jungs? Ja, sowas in der Richtung, weißt du? Boah, ist halt teuer, ne? Alter Falter. Ist halt wirklich teuer, aber komm, das kaufst du einmal und dann passt das aber auch. Boah, 6.000 kannst du bezahlen für. Komm, was kostet die Welt? Da fahren wir das mal holen, ganz fix. Bin zum Ende des LS-17 ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, nicht mal so sparsam, ne? Also ich hau die Kohle raus mittlerweile, weil ich mir einfach denke, komm, das wird schon irgendwie passen, was du da machst, ne? Okay, warte mal. Machen wir das zuerst vorne drauf. Allrad können wir ausmachen, brauchen wir nicht momentan. Ja gut, wenn du so einen fetten Traktor hast, ne, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Da musst du auch ein fettes Gerät vorne dran klemmen. Da lacht doch jeder aus, wenn du hier mit einem 300-Kilo-Gewicht um die Ecke fährst. So würde ich es zumindest machen. So, Anbaugerät an Anbaugerät kann man nicht ankuppeln, läuft. Aha. Okay, das ist mit dem, mit der Maus, äh, mit der Maus zu machen. Gut, sind wir schon mal da gerüstet? Kann man das aufklappen? Ah, jetzt wird es aber interessant. Sieht gar nicht so verkehrt aus, oder? So, es kommt noch ein kleines Heckgewicht mit dem Haken. Ich wollte gerade sagen, das Ding hat einen Haken. Äh, wow. Mega Wortwitz. Vielleicht schon ein bisschen zu brutal, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß noch nicht genau. Boah, Alter. Gut, dann sind wir schon mal ausgerüstet. Es ist nicht original, also das hintere gehört mit dem vorderen eigentlich nicht zusammen. Aber wir sind jetzt ja immer nicht päpstlicher als der Papst. Sondern wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen arbeiten heute, ne? Deswegen werden wir da gleich mal jetzt ein bisschen Silo schieben gehen. Ich habe nämlich tatsächlich am Anfang etwas zu früh, äh, den Hebel betätigt zum Ausschütten oder zum Öffnen der Klappe hinten. Deswegen müssen wir da jetzt mal ein bisschen sauber machen. So, ich bin ja sehr gespannt, wie das jetzt hier heute funktioniert. So, kann ich jetzt... Warte mal, ich muss mal die Geräte im Typ wechseln. Das machen wir mal an, ne? Okay. Kann ich das noch nach unten? Aha. Aha. Jetzt wird ein Schuh draus. Okay, dann fahren wir jetzt einfach mal, ne? Oh, das sieht ja nicht schlecht aus, ne? Ein bisschen höher machen. Warte mal, das sieht doch echt nicht schlecht aus. Ich habe sowas tatsächlich bei uns schon mal im Einsatz gesehen. Das sieht wirklich genau so aus, ne? Können wir jetzt noch ein bisschen tiefer stellen, theoretisch? Vielleicht bin ich auch zu schnell dafür, weißt du? Kann auch sein. Falle, Fälle, nicht schlecht. Also, das funktioniert ja nicht ganz gut. Boah. Bin ich tatsächlich positiv überrascht davon. Mal sehen, wir gucken, dass ich hier bei der Kante reinkomme. Ja, das war ein bisschen zu früh. So. Vor, vor, vor. Immer noch zu früh. Was ist denn da los, Alter? Wir müssen nur ein bisschen, weißt du, drin haben. Ich möchte nicht hier irgendwie draußen, sondern wir müssen wirklich drin haben. So. Jetzt ist es okay. Du kannst wirklich schön die Höhe dosieren und dann wirklich bei einem Ding dann einfach entlangfahren, ne? Jetzt machen wir es ein bisschen höher. Oh, jetzt wird es aber dann voll da vorne. Es sieht schon mal geil aus, muss man ehrlich so sagen. Mir gefällt das richtig gut. Jetzt haben wir hier eine kleine Rampe gebaut, ne? Das war eigentlich nicht so geplant. Du merkst ja wirklich jeden Schritt, was du mit dem Ding machst. Okay, ich sehe schon, das ist ein Spielzeug für Werner. Das passt auf alle Fälle hier gut auf die Map. Können wir gleich nochmal schauen. Jetzt müssen wir aber dann, das sehe ich nochmal ganz kurz, einen Anhänger voll füllen. Damit er hier auch vorangeht, ne? Ich wollte ja irgendwann fertig werden auch. Es ist wirklich wieder hier. Danke, Susi. Wir sind ja schon wieder dran. 15 Uhr Nachmittag gleich mal. Das ist ja Wahnsinn. So. Ganz schnell da runtergeeiert. Wieder Kollege, also wieder Zuschauer. Ist eigentlich ein Zuschauer. Mario D. sagen würde. Alles was geht. Wir haben uns mal auf der Farmcon getroffen. Mario D. ist ja schon wirklich ein, wirklich ein langer, 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 treuer Zuschauer. Super sympathischer Typ. Und, weil ich immer gefragt habe in den Videos, ja, wie schnell fährt man denn eigentlich mit dem LKW auf dem Feld? Und auf der Farmcon sagt er ganz trocken zu mir, fahr, was die Hüte hergibt. Das merkt er schon, wenn er zu schnell ist. Da dachte ich, ja gut. Das hat sich irgendwie bei mir eingebrennt, den Skil und weiß auch nicht warum. So. Ah, lass es unten. So, warte. Ich habe ein bisschen schief, äh, bin hier schief gefahren. Das ist eigentlich nicht so cool. Aber wir können das eigentlich aber auch gerade ausrichten, ne? Weil die ganze Zeit hier diagonal drüberfahren macht ja auch gar keinen Sinn. Der ist ja komplett sinnbefreit. Okay. 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 So, warte. Wir richten das jetzt neu aus. Könnte vielleicht eine Minute dauern, aber wird uns hoffentlich zugutekommen. So, warte, warte, warte. Dann machen wir mal den hier. Tüt, 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 tüt. Bisschen mehr links. So. Ja, so. Ich würde mal sagen, es passt so. Ungefähr. Das ist, äh, da müsst ihr so wirklich ein Lineal in die Hand nehmen und dann mit dem Lineal auf dem Bildschirm entlangfahren, aber das mache ich auch nicht. Es gab ein Spiel, wo ich mal ein Lineal an dem Bildschirm gehalten habe. Kein Scheiß. Das war Golf. Nee, Golf for Friends war das. Alter Schwede. Das war, da habe ich wirklich ein Lineal an dem Bildschirm gehalten. Ich habe mir gedacht, ich bin in dem falschen Film. Gut. Aber wir sind auch erst mal fertig für heute, liebe Leute. Wir haben, äh, den Kurs noch eingefahren. Das hat funktioniert. Wir haben ein bisschen Silozeug gekauft. Das hat auch funktioniert. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden für den heutigen Tag. Arbeit, äh, müsste, glaube ich, schon gepasst haben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen sehen wir uns, äh, wieder, wenn ihr möchtet, um 16 Uhr zu einer weiteren Folge auf der Westerrade. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.